was geht freunde herzlich willkommen zur zweiten folge vom fifa 23 karrieremodus mit fc union berlin ja freut mich gespannt wie das hier sein wird mit der fc union berlin ob wir es schaffen ganz oben mit zu spielen in der tabelle ja ich würde sagen das wird eine simulationskarriere mit union berlin sie machen kalender simulation gegen schalte der drei und verloren leider muss man sagen gegen bochum 1-1 so muss es sein gleich gegen märz die augsburg heim weiß nicht ob wir das in gewinnen werden oder nicht wieder gespannt drauf und zwei verloren haben wir ein topspiel hier wird sagen in glattbach spielen oder und das ist doch wir sind nationskarriere dann zusammen spielen in glattbach auswärts in glattbach zu so top spiel der wochen ein spaß das war gegen fc union berlin das ist auf jeden fall ein spiel auch freundlich in die kommentare geschrieben wie man diesen trainer weg machen kann schreibt das in die nächste folge in die kommentare wollte weil so will ich nicht spielen so will ich nicht spielen jordan das ist das 1 zu 0 1 zu 0 sofort perfekt angefangen hier bei der oberen jordan war die wir als einer 2 0 sein es ist aber nicht das ist ja kein spannendes spiel torsby und sommer war es ist auf anfänge eingestellt weiß ich gar nicht wenn es auf anfänge eingestellt ist es natürlich einfach es spielt sich ganz einfach jordan mit der chance dass es 2 zu 0 2 0 für union berlin nice auf jeden fall die wir haben bei torsby jordan am ball die wir auf jordan das hätte das 3 zu 0 sein müssen auch was für eine chancenverwaltung was im strafraum 4 brauchen wir das live ich bin die die ich bin Ich muss ihn. Echt Ball. Und Boah! Becker, wasser er fährt? Wasser er fährt? Wasser er fährt? Kommt Ball erbaut. Oh, er geht nach dem Ball. Hermann am Ball. Und das wäre fast der Stratt 2 zu 1. Torstby. Ab nach vorne. Jordan. Torstby. Becker. Of Jordan. Or. Torstby. Becker. Of Jordan. Jordan mit der Chance. Und es hätte sein müssen. Zu Pause steht 2 zu 0 für FC Union Berlin. Ein letzter Start auf jeden Fall. Überraschend schlechte Gladbacher. Jordan am Ball. Kann ich ganz leicht durchziehen. Jordan. Das ist das 3 zu 0. 3 zu 0. Das gibt es doch nicht. Ist es wirklich auf Profi? Ich weiß es nicht. Ob es auf Profi eingestellt ist. 1 zu 0. 2 zu 0. 1 zu 0. 2 zu 0. 3 zu 0. 2 zu 0. sie bett wieder hat allein sechs schüsse johann auflässt es aufs tor john mann michael jordan habe freundin manchmal becker weigel hermann hoffmann hoffmann kindira auf john john mit der chance und der torwart hat den ball jetzt mal eine flanke daraus wohl leider nichts daraus wohl leider nichts jordan am ball und vorne auf becker becker der torwart hat den ball super parade von jan sommer und fahrer zieht was ein tor von becker einfach fahrer zieht krank im nummer 4 0 für fd union berlin becker macht einfach fahrer zieht schauen wir mal das nochmal an bohr kranke alter heftig becker mit dem 4 zu 0 john auf kidera ich habe das auch anfang eingestellt glaube ich so leicht wie wir die bälle kriegen wir einfach durchziehen können es scheint mir kommt so vor als ob es auf anfänger eingestellt ist da war das tor ja doch nicht so gut doch trotzdem wenn das auf anfänger sitzt dann war das tor trotzdem gut muss erstmal schießen das ist das 5 zu 0 ne das ist doch anfänger eingestellt auf jeden fall ich glaube nicht dass ich 5 0 gegen glattbach gewinnen würde der fd union berlins kader ein tor und vier partien montantor spiel so halt dann nach vorne also schreibt die kommentare wie man diesen trainer weg machen kann freunde an diese hilfe die nervt total tor spiel das wäre fast das 6 0 gewesen und ja der fd union berlin gewinnt in glattbach 5 zu 0 war ein krasses spiel auf jeden fall und ja mit ein heftiges tor weiter kein interview und dann schauen wir mal ob es auf profi eingestellt ist einstellung amateur ja war klar profi war klar dass auch amateur eingestellt ist und ja freunde schreibt die kommentare wie wir als nächstes ein spieler update video machen solltet mannschafts update video machen solltet mannschafts update video machen solltet mann und wenn wir uns kaufen soll für fc union berlin gegen wen wir spielen sollen auf jeden fall dann würde ich sagen falls euch die folge gefallen folgen lassen ein like da lasst einen kostenlosen abo da ihr könnt mich kostenlos abonnieren vergesst das nicht haut rein bis zum nächsten mal und ciao